hallo youtube hallo zocker hallo ja citybau freunde herzlich willkommen zurück hier bei nick frei zockt city skylines wir bauen weiter an unserer schönen stadt white rock und gucken mal was wir hier alles noch hinkriegen wir haben ja unterführungen unterautobahnbrücken und wir sehen es sind sehr viele fußgänger und radfahrer unterwegs und eventuell sollten wir auch mal gucken dass wir ja den öffentlichen nahverkehr so umstellen oder so bereitstellen dass die fußgänger auch abnehmen und dass wir hier alle durch die gegend fahren ich würde auch ganz gerne mal eine straßenbahn einführen ich habe noch nie irgendwie straßenbahnen gehabt beim privaten spiel kam ich die dazu bei busen war es eigentlich meistens schon zu ende u-bahn auch noch u-bahn könnten wir auch noch bauen ja müssen wir mal gucken was wir da noch hinkriegen ich wollte ja eigentlich ein bisschen road hierarchy und so weiter aufbauen aber das ist gar nicht so leicht weil wo fahren die denn lang die fahren überall lang ja und road hierarchy bedeutet eigentlich die stärkst befahrenen straßen müssen die breitesten sein und je weiter du nach unten kommst also so wie hier in den wohnvierteln wo auch sackgassen sind da ist kein verkehr das können die kleinsten straßen sein die es gibt und ich bin mir nicht so ganz sicher ob das hier wirklich so funktioniert wie ich mir das ganze gedacht habe so außerdem brauchen wir noch eine lösung hier für unseren komischen white rock können wir ein bisschen anders bauen eigentlich müssen wir auch mal gucken wie wir das machen wir könnten noch eine uni bauen wir könnten noch ein bisschen landwirtschaft bauen und öffentliche fabriken bauen und so weiter also wir haben hier einiges was wir tun können und hier drüben da gibt es gemeckert denn was fehlt sind ungebildete arbeiter man soll es nicht glauben ja es jetzt sagt mir noch einer in einem kommentar du darfst nicht so viel büros bauen lass auch noch was für deine ungebildeten arbeiter übrig und jetzt haut hier die fabriken die ungebildete arbeiter brauchen die sagen wir brauchen ungebildete arbeiter es sind keine da was soll ich dazu sagen dass wir vielleicht mal ein bisschen ein zeichnen sollten unsere stadtviertel so dann machen wir hier draus mal ein stadtviertel was wir hier haben das können wir alles mal zu einem machen vielleicht sogar noch hier unten das was hier an der autobahn ist sehr schön habe ich das direkt mal falsch gemacht so übermalen wir das mal ja das ist halt das problem ja ich müsste jetzt hingehen und müsste in einem stadtteil sagen hier legen wir nicht so ein wert auf bildung dass wieder arbeitskräfte da sind für hier die frage ist wo willst du das machen also eigentlich es ist schwer es ist wirklich schwer du willst den leuten ja nicht die bildung verbieten ja wer glaube ich auch nicht so dass perfekte sag ich mal wenn du anfängst menschen bildung zu verbieten da haben wir mal ein bisschen hier gemacht getan und überhaupt und also wenn ich mir das hier anguckt habe ich auch geschrieben bekommen von wegen ja dass die bäume ziemlich dicht gemacht und ich hätte die vielleicht ein bisschen weiter auseinander gemacht und vielleicht ein bisschen gebüsch hin gemacht und so also ich muss ganz ehrlich sagen mir gefällt das sehr gut ja weil das erinnert mich an die autobahnauffahrten wie wir sie hier haben außer dass hier vielleicht das nicht unbedingt aber das hier schon und es ist wirklich so dass damit die hier gucken können werden hier die bäume weggemacht ja also das heißt die machen kein baum hier vorne auf die ecke und auch damit hier nichts passiert sind die bäume hier weg ja und dass du hier rein gucken kannst wenn du da rein fährst und dass du wenn du hier raus fährst hier gucken kannst und so weiter dafür sind diese bäume normalerweise so beschnitten aber sie sehen in der tat so aus und die stehen auch so eng ja das habe ich mir das da abgeguckt gut wir brauchen eine lösung für hier wie gesagt hier werden bald fabriken schließen weil nicht genug personal da ist wir könnten hier hinten das könnten wir machen wir machen hier hinten und hier unten mal so ein cut und machen hier raus mal ein eigenes gebiet und da könnten wir wenn wir wollten unser kleines ghetto hin machen das finde ich so lächerlich du kannst hier ein stil auswählen aber du kannst kein stil anlegen also ich habe mal im menü und stil angelegt und dann konnte ich den nicht bearbeiten ich konnte den hier auswählen aber ich konnte ihn nicht bearbeiten ich konnte nicht sagen dienen die sachen die will ich da da rein haben und jetzt habe ich wieder ein bug den ich seit diesem addon habe seht ihr ich kriege hier unten ein x als wäre es da aber es ist nicht da das einzige was dagegen hilft ist ein so ich habe mal relockt und jetzt bin ich mal gespannt ob es jetzt funktioniert es wäre schlimm wenn nicht alter was soll die scheiße denn bitte ich habe keine motto nix drauf und bei mir öffnen sich die richtlinien nicht mehr das kann es doch nicht sein soll ich jetzt nochmal neu starten oder was ich will richtlinien vergeben können da hinten rennen wir schon die leute weg weil ich keine ungebildeten arbeiter habe hier in der stadt so dritter versuch richtlinien ein wahnsinn manchmal klappt es dann doch da wirst du bekloppt bei jetzt mal ohne scheiß ja da machst du zwei drei vier fünf mal machst du richtlinien und und nichts passiert ja so ich suche gerade was ist überhaupt findet warum ist das so undeutlich die schrift denn der grafik was verändert das müsste ich doch besser lesen können ist ja total verschwommen die schrift also wir haben jetzt zwei möglichkeiten wir können die industrie einmal umstellen auf industrie 4.0 oder wir machen aus diesem stadtviertel hier die schule ist aus und lassen die nicht wirklich fortbildung machen wir probieren zwar mit die schule ist aus und legen hier mal neue stadtviertel an ich hatte ja überlegt hat ihr überlegt hier größere wohnblocks hinzustellen und ich weiß nicht wie uns wie das unsere stadt bekommt aber ich würde sagen wir können es mal probieren das geht bestimmt schief das geht bestimmt schief so haben wir da wasser liegen natürlich nicht das problem ist ich weiß nicht wie man das in echt machen würde ja also ich glaube nicht dass man echt so hier hochhäuser hinstellen würde jetzt in dem fall ich versuche mal ein paar anlieger straßen hier hier rein zu hauen mal gucken ob wir das hinkriegen dass wir hier so ein bisschen wohngebiet noch aufbauen das problem ist dass wir hier erdbeben hatten so eigentlich müsste ich mal pause machen bevor hier die stadt rebelliert so dann haben wir hier so ein stadtviertel sage ich mal und da können wir jetzt können wir da jetzt straßen drin ziehen wo wir dann unsere wohnblocks unterbringen ob das können wir auch mal ein bisschen moderner machen machen wir mal hier so da haben wir einen friedhof zentralfriedhof können wir vergessen von daher machen wir auch hier mal so ein bisschen noch blocks gucken wie wir das ganze unterbringen damit das ganze nicht zu quadratisch wird bekannte hat zu mir gesagt ich baue komisch oder merkwürdig ich versuche halt mein bestes einigermaßen ich sage jetzt mal nicht zu gerade aber auch nicht zu rund zu bauen weil die realität ist so ein mittel ding versteht ihr also das ist das hört jetzt blöd an aber der bebauungsplan den ich hier mache und die straßen die ich hier mache die haben schon was realistisches insofern dass die in realität wahrscheinlich auch hingehen würden würden versuchen den platz so gut wie es geht zu nutzen würden aber auch versuchen verbindungsstraßen zu bauen würden das jetzt nicht hier komplett so leer laufen lassen ich bin noch hier am überlegen ja wenn das ganze dann am schluss so einigermaßen markiert hast und dann hier häuser entstehen dann dann siehst du recht schnell da unten darf nichts hin dann siehst du recht schnell dass sich hier natürliches bild ergibt irgendwie ich habe ja auch ein kommentar bekommen von jemand der gesagt hat also man sieht dass ich mich an der realität orientiere er selbst würde bei einer stadt arbeiten und ja das wäre schon also auch die bäume an der autobahn und so weiter die wären schon so und das ist für mich ist das ein sehr großes lob weil ich bisher ja immer nur quadratbau gemacht habe und ganz selten oder oder eigentlich fast überwiegend ja auch europäische städte privat gebaut habe also ich habe mich nie so die amerikanischen haben halt viel quadratbau also da ist sowas hier halt gang und gäbe standard ja das dann halt so ein viertel so ein quadrat ist oder ein rechteck oder so irgendwie was also ich bin hier noch am überlegen ob wir das wirklich alles zu wohnraum machen sollen können wir vorstellen das hier mal leer zu lassen um hier eventuellen park reinzubauen oder auch krematorien reinzubauen dass wir hier doch so eine art friedhof areal machen weil wir haben jetzt hier hinten ja viel wohnraum also ganz viel wohnraum und ja ich bin halt noch am überlegen ob das irgendwie einen sinn macht so viel wohnraum hier zu haben das quadrat hier machen wir mal weg das hier machen wir mal weg da machen wir mal keinen wohnraum da machen wir mal gewerbe da ist ja auch nachfrage nach da dann bleiben wir uns mal insofern treu macht hier natürlich ein bisschen lautstärke was nicht ganz so gut ist aber die kommen ja auch hier mit klar also das werden die schon hinkriegen und wir haben jetzt noch keine richtig fetten oh mist break wir brauchen noch strom also wir müssen das hier noch irgendwie connecten so kriegen wir das hin ist das drin ich habe keine ahnung ja es ist drin sehr gut dann kommt auch strom hierher dann ist das alles paletti so jetzt werden sich hier wohnhäuser bilden die da unten haben wir nicht kleine stadt ist eine kleine stadt und wir haben high density gebäude also das ist noch so was wo ich ganz ehrlich sagen muss das verwirrt mich jedes mal aufs neue aber es kommt hin so wir brauchen höhere steuersätze für das hier und hier bin ich noch am überlegen wir machen auch hier die höheren steuersätze aber hier in dem gebiet da machen wir bei der besteuerung da machen wir eine steuer entlastung für dicht besiedelte wohngebiete hier in dem bereich und zwar aus folgendem grund machen wir das die sollen ja auf bildung verzichten und da müssen wir den schon anreiz für geben irgendeinen goodie müssen die dafür kriegen ich kann denen nicht verbieten dass auf bildung verzichten und auf der anderen seite so besteuern als würden die hier ja ich sag mal geschäftsführer von irgendeiner großen firma sein das funktioniert nicht so auf jeden fall sollten jetzt hier die leute wohnen die dann hier gebraucht werden und hier wieder jobs machen und dann hier diese gebäude die momentan nicht mehr bewohnt und nicht mehr besiedelt sind sollten die wieder mit leben füllen also man sieht ja auch dass die industrie die steigt und die industrie die sollte dann da hinten aufsteigen und dann sollten dann noch die leute kommen die dann hier arbeiten wollen ich bin mal gespannt wenn der küsten abschnitt hier wenn der besiedelt ist wie das aussieht momentan wird so sporadisch mal ein häuschen gebaut das ist noch nicht wirklich besiedelt wenn das mal voll ist wenn die nachfrage mal so groß ist dass die ganzen leute das alles besiedelt haben was wir hier markiert haben dann wird es interessant also wir sehen schon die häuser werden hier höher wie in dem bereich also amerika hat das hier eigentlich auch so gemacht ich kann das mal kurz schildern also amerika hat so angefangen mit normalen häusern in den straßen dann irgendwann kam einer der hat dann so einen ganzen wohnblock aufgekauft hat da drin so eine straße gemacht so nach dem motto und hat dann hier hier und hier high density richtige hochhäuser gebaut die richtig hoch waren das ist heute downtown das sind hochhäuser in deutschland ist es ein bisschen anders gelaufen in deutschland wurden auch so in städte so flach gebaut und dann wurden so wie hier von mir drumherum hochhäuser errichtet wenn der bedarf da war nach mehr wohnraum oder mehr bürofläche das sieht man schön in frankfurt in frankfurt ist eigentlich relativ flach also klar wir haben auch so wir brauchen mehr strom das nehme ich mal als anreiz hier ein ölkraftwerk hin zu ballern sollte genug strom machen für die nächsten keine ahnung ja also ähm was wollte ich jetzt sagen ach so ja die haben auch so also die haben da schon wohnblocks also das heißt häuser die ähm wie die hier so zwei drei vier stockwerke hoch sind in frankfurt ja aber die richtigen hochhäuser die stehen eigentlich so am stadtrand das ist das interessante also das heißt ähm solche blöcke die stehen in frankfurt praktisch in der also um die stadt rum nicht in der innenstadt auch das bankenviertel das ist ein büro viertel was wie das hier nicht in der innenstadt steht sondern so ein eigenes viertel ist ja das hat sich ganz schön entwickelt hier das ist büro und wohngebäude so abwechselnd und das ergibt ein schönes bild weil die bürogebäude nicht so hoch sind wie die wohnhäuser ergibt das so ein von niedrig über gewerbe mittel hoch über büros mittel hoch zu den hochhäusern wo die menschen drin wohnen das hat schon style also das gefällt mir bin ich mal gespannt wie die hier unten da also wenn das komplett besiedelt ist bin ich halt mal gespannt wie das aussieht so und hier hinten gibt es keine leer stehenden gebäude mehr die sind einfach total wild darauf äh industrie noch anzusiedeln es fehlt an industrie land so und hier hinten das ist landwirtschaft soweit ich weiß wir gucken noch mal auf ressourcen ja sehr schön und da habe ich jetzt noch vor eigene gewerbe city gewerbe sozusagen zu eröffnen gehen wir mal in die straßen rein ähm da können wir glaube ich mal so einen feldweg nehmen den wir hier irgendwo abführen das problem ist ähm ne ich kann es nicht machen ich kann es so nicht machen kleinen moment ja ich muss eigentlich ich muss es eigentlich machen ob ich will oder nicht muss ich es eigentlich so machen und ich will jetzt gerade auch überlegen gefällt mir nicht so mir hat auch jemand geschrieben das fand ich ziemlich witzig ähm ich freuchte mich nicht wundern dass meine straßen nicht wollen wie ich will das fand ich das fand ich so geil weil ich hätte ja gerade einfache biegungen doppelte biegungen mein gutster ich will dir mal ganz kurz was erklären das hier das sind geraden die kann ich nicht biegen ja dann haben wir hier einfache kurven also ich kann damit nur kurven legen wie du siehst das geben alles kurven ich kann machen was ich will so und dann haben wir hier das ist so ein freies tool verstehst du da da kann ich das ist keine doppelkurve das ist einfach das ist ein freies tool da kann ich meine straßen bauen wie ich will das ist der unterschied so jetzt haben wir hier noch eine ganz große anbindung gemacht einmal drumrum hier auf die hauptstraße die bis hier runter führt und das gute warum ich das jetzt gemacht habe das ist dass wir jetzt von hier aus hier eine straße rein ziehen können so dann nehmen wir auch diese etwas staubigere straße sage ich mal upsa das war falsch da wollte ich hin so und dann bauen wir mal hier wege und arme in dieses fruchtbare gebiet und dann markieren wir das mal als unsere stadteigene industrie wo ich noch keine ahnung habe wie ich das später diese stadteigene industrie wie ich die später ähm integrieren soll in mein stadtbild das ist ein bisschen schwierig würde ich mal behaupten so ähm wir machen das mal weg hat damit nichts zu tun so das fruchtbarste gebiet ist blöderweise hier wo straßen drüber liegen und hier unten wo wir gar kein land haben so kastanienzone ist ein industriegebiet und für dieses industriegebiet müssen wir jetzt hier die landwirtschaft auswählen und dann können wir jetzt hier einen bauernhof bauen als hauptgebäude meiner industrie das bauen wir mal hier oben den bauernhof sehr schön dann haben wir felder die wir anlegen können die wurden jetzt gerade freigeschaltet getreidefelder zum beispiel die können wir jetzt an dieser geraden straße hier schön anordnen so haben wir hier ein kleines obstfeld können wir dann auf der anderen seite schön anordnen richtig schön plantage amerikanische plantage so und dann haben wir hier viehweide ich weiß nicht wo brauchen wir vieh ja mein gott dann halt auch vieh ja mein gott dann halt auch vieh das machen wir aber glaube ich mehr so in dem bereich hier da will ich auch nicht ganz so viel machen da reichen mir zwei so jetzt haben wir das problem die sagen schon hier fehlt wasser also legen wir hier mal wasser das ist in zukunft nicht mehr passiert legen wir hier mal wasser so das sind glaube ich auch alles verschiedene dinge jetzt hier hier haben wir zum beispiel treibhaus das ist ganz toll aber ich hätte gerne Weizenfeld da hätte ich auch gerne Weizenfeld hier hätte ich gerne Kartoffelfeld da hätte ich gerne Mais hier hätte ich gerne Mais und hier hätte ich auch gerne Mais so Baumwolle will ich da jetzt unbedingt mal gar nicht so dann haben wir hier Äpfel Äpfel machen wir hier Birnen um so ein bisschen Vielfalt rein zu bringen dann machen wir hier vielleicht noch Orangen wobei Orangen jetzt nicht so typisch sind für eine Region wie hier sage ich ganz ehrlich so dann haben wir hier Schweine und hier drüben haben wir Kühe Punkt wird einfach mal so bestimmt dann haben wir hier schon mal unseren eigenen Bauernhof und weil hier so viel Verkehr anfällt habe ich diese Umgehung gebaut dass die da halt fahren können und jetzt wird es hier langsam kritisch das sehen wir auch und endlich wird es mal kritisch weil dann können wir uns überlegen hier einen Kreisel zu bauen hier wo wir dann alles auseinander tüfteln was hier irgendwo hin will und ja das hatte ich eigentlich schon die ganze Zeit vor aber bisher gab es noch keinen Grund so was machen wir denn da wir nehmen einfach mal die Straße so und jetzt ist das Tool hier geil so herzlichen Glückwunsch wir können Getreidemühle, Bäckerei, Landarbeit der Unterkünfte, Viehstall und kleine Scheune bauen das ist doch hervorragend so ich bin noch am gucken wie das hier genau funktioniert passt nicht so ganz wie ich mir das vorstelle aber wir müssen uns jetzt was einfallen lassen wir haben ein massives Platzproblem ja da stehen wir jetzt das Gebäude im Weg ne den verschieben wir mal hierher, den verschieben wir mal hierher dann fehlt natürlich mal wieder der Stromanschluss überhaupt kein Thema überhaupt kein Thema wieso geht das denn nicht? achso weil da Straße ist ja alles ok so dann hängen die mal an Strom dann brauchen die glaube ich auch noch Wasserleitungen da haben wir da auch noch nix legen wir mal eine Wasserleitung hier runter so dann gehen wir wieder hier auf die Straßen nehmen die wieder doppelt so so ist nicht schön aber ist selten und jetzt löschen wir alles was hier in der Mitte ist und dann haben wir hier schon wunderbaren Kreisverkehr wenn wir nur gucken dass da keine Ampeln drin sind und dann ist alles supi so und dann brauchen wir natürlich hier ein Stoppschild da ein Stoppschild da ein Stoppschild und hier ein Stoppschild damit der Kreisel immer Vorfahrt hat so jetzt bin ich mal gespannt wie lange es dauert bis das hier äh große Stadt wunderbar 15.000 Leute da nun bin ich mal gespannt wie lange es jetzt dauert bis der Stau den wir hier haben ähm sich abgearbeitet hat und diese Verhältnisse diese Lichtverhältnisse die wir jetzt gerade haben die sind echt ätzend zum Spielen das ist so ein Morgensmog Nebel gedöhnt und dann kommt da noch die Nacht rein so und der Verkehr der von überall ankommt der kommt halt hier ein Kreisel rein und dann geht es relativ schnell schwuppdiwupp im Kreis und dann sollten sich eigentlich so ein paar Dinge abbauen na gut hier da kommt schon ordentlich was rein aber ihr seht wie schnell das dann doch abfließt wenn es mal am laufen ist wenn der Kreisverkehr sich erst mal dreht wie schnell das dann geht bis der ganze Stau der da eigentlich war sich in Wohlgefallen auflöst so und ich bin noch am überlegen ob wir von hier noch einen Ausgang da drauf machen weil wir haben momentan nur den Weg raus und den Weg raus aus dem Gebiet das ist ganz schön heftig weil wenn hier die Leute raus fahren dann hier drauf fahren und dann hier rüber zu kommen oder so ich weiß nicht so genau ich bin da ich weiß nicht dem Kreisel mehr Spur geben geht das überhaupt sechsspuriger Einbahnstraße ja so dann kommen die Ampeln wieder das ist nämlich genau das Problem ich will keine Straßen bauen Herr Jesses ich will hier die Übersicht so die Ampeln haben jetzt natürlich alles ruiniert die haben nämlich jetzt hier einen Monster Stau gemacht also eigentlich müsste es jetzt hier laufen wie nix das Problem ist es staut sich von hier staut sich von hier also eigentlich staut sich alles was ich nicht so ganz verstehe weil die können ja hier locker zwei dreispurig fahren dafür bräuchst du jetzt einen Traffic Manager ne dann würdest du denen verbieten auf der inneren Spur zu fahren es nimmt aber auch kein Ende es kommt Verkehr es kommt Verkehr aus allen Richtungen kommt Verkehr und der Kreisel obwohl er sechs Spuren hat das interessiert den Kreisel gar nicht ne das äh pff ich weiß nicht ohne Kreisel lief es besser oder sehe ich das falsch sollte man Kreisel haben dann haben wir Stau und was für ein Stau also wenn es gut genug für Tony Magonis Steakhouse warum nicht gut genug für Joe Butler its Home House hmmm ja jet in touch with meaty bits tell em Tony sent ya meaty bits if it ever was alive they can get it to you dead hmmm kleinerer Kreisel ich hab das Gefühl es geht schneller voran there's nothing like watching a movie to take you to another place or time and there's no better place to watch than drone cinema and no better time than the time it takes you to get from where you are So und da ist jetzt noch die Frage, kriegen wir das hin, wie lang bin ich denn schon am aufnehmen, kriegen wir das hin, es funktioniert einfach nicht, das was ich will funktioniert einfach nicht, Alter das ist nicht dem ihr ernst, dass die hier abbiegen, um dann hier rein zu fahren, wollen die mich verarschen, weil es funktioniert nicht ohne, ohne Traffic Mod funktioniert das nicht, ohne Traffic Mod macht das es totale Chaos, dann fahren die wie die Geistesgestörten, das ist jetzt kein Scherz, das kannst du vergessen So wir haben hier unten ein Problem im Ackerland, wo haben wir Industrie, genau hier irgendwo muss landwirtschaftliche Industrie sein So, da haben wir eine Getreidemühle Die Getreidemühle, die macht normalerweise, macht die, was macht die aus Getreide? Mehl Das ist ein Zwischenprodukt oder ein Endprodukt? Also Silos können Getreide aufnehmen, das ist ein Getreidelager, wenn ich das recht in Erinnerung habe So, dann bauen wir hier mal ein paar Silos Und Scheune, das muss auch irgendwas lagermäßiges sein, wir bauen hier mal ein paar Lager Ich weiß halt nicht genau, was die lagern, das ist mein Hauptproblem, ich kenne mich mit den Bauernhöfen jetzt nicht Ich kenne mich mit den Bauernhöfen jetzt nicht so aus, wie kriege ich das denn aus, Herrgott? Das ist aber auch manchmal, entweder stelle ich mich an wie ein Honk oder das Bedienmenü ist ab und zu mal ein bisschen umständlich Da drückst du auf die Maustaste und denkst, das müsste jetzt eigentlich wegschalten Das tut es aber nicht Ja, das ist das Hauptproblem hier Das steht auf Ausgewogen, das heißt, es kauft ein Wir wollen aber nicht einkaufen Ich stelle die jetzt auf leeren In der Hoffnung, dass die beliefert werden Von den Feldern Aber nicht von der Autobahn Weil ich will ja nicht das Zeug einkaufen, um es hier ins Lager zu stecken Ja, genau das will ich nämlich nicht Weil es macht überhaupt keinen Sinn Produkte einzukaufen, wenn du hier Felder hast Es macht überhaupt keinen Sinn Die sollen das Zeug hier, von hier in die Lagerhäuser fahren Und von dort sollen sie es verkaufen oder weiter vertreiben oder lagern Also das warf ich denen so ein bisschen vor Also manche Sachen, guckt euch mal den Stau an Weil ich Lagerhäuser gebaut habe und wir von extern jetzt mit LKWs beliefert werden Mit Dingen, die wir hier selbst produzieren Weil die unbedingt das Lagerhaus füllen wollen Was überhaupt keinen Sinn ergibt Ich meine, was für einen Sinn macht das Wenn ich ein Lagerhaus baue Und stoppe das bis unter das Dach voll Mit Importware Während auf meinem Feld Das Zeug steht Und kein Lagerplatz mehr findet Also es ist... Das macht halt null Sinn Aber keine Ahnung, was die hier programmiert haben Das warf ich denen so ein ganz klein bisschen vor Dass viele Dinge nicht so einen wirklichen Sinn ergeben Ich habe zum Beispiel auch hier Ich habe eine Viehweide und jetzt habe ich noch einen Viehstall Das ist zwar schön für die Vielfalt der Gebäude Aber im Prinzip ist das das gleiche wie da drüben Und deshalb setze ich da jetzt auch nur einen hin Jetzt haben wir noch Limonadenfabrik Melkstand, mittleres Getreidefeld Mittlere Obstplantage So, also das ist im Prinzip das gleiche Ja, da kommen Nutzpflanzen rein Und dafür kommen Tierprodukte raus Also Tierprodukte können wir glaube ich auch überhaupt nicht lagern Haben wir irgendwo ein Lager für Tierprodukte? Ich habe nicht so einen Eindruck Ja und leeren, das hier ist genau Entleerung Das heißt, wir kriegen von hier Kommt hier Ware rein Und diese Silos und Scheuden Die versuchen sich zu entleeren Ausgewogen bedeutet Die kaufen auch ein auf dem Arbeitsmarkt Äh, auf dem Warenmarkt Und das sollen die ja gar nicht Ich will ja nichts einkaufen Ich will verkaufen Dafür baue ich die Dinger doch So, und ein Melkstand Das ist auch interessant Macht aus Pflanzen Tierprodukte Also praktisch wieder das gleiche Was der Viehstall macht Ähm, das hat mich schon öfter mal irritiert Bei der Industrie Dass du im Prinzip Die ein und selben Gebäude hast Also die das gleiche tun Nutzpflanzen zu Tierprodukt wandeln Und die heißen einfach nur anders Und du denkst Das ist was cooles Aber eigentlich ist es gar nichts cooles Versteht ihr? Das ist eigentlich genau das gleiche Äh, musst du halt wahrscheinlich hingehen Und darfst nicht so wie ich So viele Felder und so weiter setzen Und so viele Ställe setzen Sondern du musst vermutlich Musst du hingehen Und musst sagen Okay, ähm, ich baue Ähm, ein Viehstall Und eine Melkhalle Und so ein offenes Gitter Nebendran Damit kannst du dann Schönen Bauernhof designen Was ich jetzt mache Ist einfach nur Produzieren Also das hier hat nichts mehr Bauernhof zu machen Als einfach nur im Produktiven Das ist vielleicht noch ein Denkfehler von mir Wir müssen mal gucken Wie wir das genau umstellen Also zum Beispiel auch Orangen sind im Prinzip Nutzpflanzen Das heißt Die nehmen von hier Orangen Das ist gleiche wie die Getreidefelder Und packen hier drüben rein Da wird Milch draus Also es ergibt nicht so wirklich Sinn Und, ähm Das ist vor allem die Optik Also Orangenfelder hier bei uns In der Nähe der Stadt Das macht keinen Sinn Vielleicht muss ich mir dann noch Was anderes einfallen lassen Ja, dass wir das noch ein bisschen Besser hinkriegen Dass wir das mehr als Bauernhof sehen Wo halt Felder dran sind Und so weiter Muss ich mir mal überlegen Zur nächsten Folge Weil Ich bin jetzt hier erstmal raus Das Chaos hier oben Oh Gott Aus der Stadt raus Das ist totales Chaos Oh Scheibenkleister Ja, also mit den Kreisel Habe ich mir glaube ich Keinen Gefallen getan Irgendwie Weil wir den Kreisel haben Geht hier gar nichts mehr Mal gucken wie lang es dauert Bis sie hier einfach gerade durchfahren Ähm Die Polizeiware hat gebrannt Und die Feuerwehr gerade rüber gefahren Hat gelöscht So das Interessante ist Seit ich diese etwas komische Verkehrslösung hier gebaut habe Läuft der Verkehr von hier besser Also da muss ich mir noch was einfallen lassen Wie wir das besser hinkriegen Wie wir es aktuell haben Weil also der Kreisel funktioniert so nicht Das können wir mal festhalten Das funktioniert so nicht Aber ich muss Schluss machen Ich bin hier raus Ich sage Danke fürs Zuschauen Wünsche euch noch viel Spaß Auf YouTube Noch viel Spaß Mit meinen anderen Videos Macht's gut Bis zum nächsten Mal Bye bye Fährt die Kamera auch mal irgendwie noch Super Innenstau Naja gut Also wir haben heute nicht So eine schöne Kamerafahrt Aber dafür Äh Ja Ich bin hier raus Macht's gut Bye 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 bye